willkommen zu diesem schrottschein top video nach zwei oder drei monaten pause ich schlachte hier einfach mal weiter der wagen ist erledigt und das heutige ziel wird es sein zu versuchen den motor auszubauen dazu muss ich zuerst einmal den krümmer loswerden denn die schrauben sind so fest dass ich den sowieso nicht abbekomme deswegen versuche ich einfach mal so und ich zeige euch mal das ergebnis wenn es fertig ist alle schrauben bis auf die hier die es nicht original sind 13er schrauben ich habe sie davor eingesprüht darüber schön dran zu kommen das problem ist nur dieser wunderschöner träger ist mir im weg und für jedes problem gibt es effektiv immer eine lösung und die lösung sieht einfach gefolgt aus dass ich jetzt gleich hier den träger aus dem auto einfach raus flexen werde denn den wagen möchte ich nie wieder auf der straße sehen so das sieht auf dem video alles immer so toll und in gutem zustand aus dass zum thema die stabilität des autos und dann kann ich euch mal zeigen wie der träger von der rückseite ausgesehen hat nämlich ziemlich schrott soll ich schnell noch die andere seite ab dann habe ich hier wenigstens ein bisschen mehr platz um ans alle andere dran zu kommen so das war jetzt kein unfall das habe ich der hand einfach verbogen das ist der grund warum ich euch nicht empfehle mit dem fiat cinquecento einen unfall zu bauen ansonsten gehen die bolzen samt muttern raus hier weil das alles total vergammelt ist wenn ihr euch fragt warum ich nicht abgeschraubt habe ist ich habe versucht aber es endete damit dass die köpfe der schrauben abgebrochen sind oder einfach sich nichts bewegt hat und flexen vom zugang hier ist auch nicht so gut jetzt habe ich natürlich einen top zugang wertvollster am auto ist jetzt ab nämlich der kat gucken wir uns mal das ganze an ok der motor ist jetzt provisorisch gesichert und ich würde mich jetzt unter das auto begeben denn das ist desaster endet nicht hier oben hier oben sieht es ja noch gut aus unterm auto ist die völlige katastrophe also das ist hier da wo der kat war das habe ich schon zur seite gebogen dorthin haben wir eine gefetzte bremsleitung und hier haben wir etwas vergammelte achsaufnahmen und solche sachen und ich würde jetzt versuchen da oben die beiden schrauben zu lösen wobei lösen ist zu viel gesagt einfach abbrechen ich glaube das ist das ganze prozedere für das dann am ende aussehen wird in gewisser sicht kann ich sagen ich war erfolgreich die rostige schrott ablage liegt da die kat schützschild ist hier genauso an drei stellen abgerissen wie man eigentlichen auto wenn ich ihn zur seite biege dann habe ich hier die kabel von schaltgestänge das ist das wertvollste das muss ich noch oben irgendwie lösen dann kann ich es nach unten hin raus ziehen dann habe ich das auch schon mal vom motor her gibt es hier noch achsmanschetten und die lenkung die dran ist ein problem ist kann ich bestimmt auch nicht ab weil das hier alles einfach so der massen verrottet ist nachdem die achsmanschetten nicht mehr sind bereit ich langsam den ausbau des fahrwerks vor denn ich wird die achsen hier nicht abbekommen das kann man vergessen also wird es ja wieder geflext und gesägt was hat die nordcaptur mit den schrottchentor zu tun ja die ist fast gleich der weg zum nordcapt schien endlos so wie die arbeit namen schrottchentor niemals enden zu scheinen ich habe jetzt unten die schraube von achse gelöst die vom schlussdämpfer geht nicht ab da lasse ich ein bisschen was einwirken jetzt ist eh gerade mittagsruhe da kann ich nicht so laut sein und was ich leise eben erledigen kann ist glaube ich den innerraum einmal ausräumen und dann mich daran machen hier irgendwie lenkrad und alles auszureißen damit irgendwann mal die scheiben und die tür ab kann und das endgültige ende dieses autos irgendwann mal dann da ist so ich hab's geschafft der motor ist fast draußen zwei halterungen auf der seite und die hat sich aufgelöst beim schrauben jetzt auch geklappt sind dann noch zwei bolzen drin die achse habe ich einfach eine manschette rausgeholt und hier den ganzen spaß einfach zur seite geschoben dann gibt es schon mal das wertvollste am schrottchentor nicht mehr auf dem platz gibt es immer mehr kisten der neueste zugang ist das hier zum glück gehört mir dieses auto nicht guckt euch einfach mal die geile innenausstattung an der hat keine schwelle und keine kopfdichtung die funktioniert aber sonst ein geiles auto suzukiwagon r das da hält nicht das ist durchgerostet das wird auf jeden fall halten so nach zwei jahren zeit hat der wagen wieder tageslicht zu gesicht bekommen wir haben ihn ein bisschen ramponiert aber das nicht mehr viel zu retten ich wird noch die letzten teile ausschlachten und dann ist feierabend mit schrottchentor auch wenn der lack und der wagen wunderschön auf den videos aussieht da gibt es wirklich nicht mehr viel zu retten an dem ding so das ist das ende dieser folge der schrittchentor 2.0 existiert noch der 1a steht jetzt nebenan hinter der garage jetzt kann ich irgendwann mal mit dem aufräumen anfangen das dazu mehr updates gibt es gerade nicht so geht auch diese folge zu ende mal sehen wie lange das dünne projekte projekt noch laufen wird ich danke euch fürs zuschauen macht euch einen schönen tag bis dann